Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Liberaler Golub gewinnt Wahl in Slowenien, Rechtspopulist Jansa abgewählt. Dramatische Wahl im kleinen EU-Land Slowenien. Der liberale Politquereinsteiger Robert Golub entthront den umstrittenen Ministerpräsidenten Janitz Jansa. Gemeinsam mit seinen Anhängern feiern konnte der Sieger aber nicht. Die neue liberale Partei des Energiemanagers Robert Golub hat die Parlamentswahl in Slowenien gewonnen. Und das klarer als erwartet. Der rechtsnationale Ministerpräsident Janitz Jansa verliert damit nach nur etwas mehr als zwei Jahren sein Amt. Golubs Freiheitsbewegung, GS, kam am Sonntag nach Auszählung von 99% der abgegebenen Stimmen auf 34,5% und 40% der 90% Parlamentsmandate, wie die staatliche Wahlkommission mitteilte. Jansas Partei SDS brachte 23,6% der Wähler hinter sich und errang damit 28 Mandate. Nur drei weitere Parteien, die konservative Neue Slowenien, ENSI, 7%, 8 Mandate, die Sozialdemokraten, SD, 7%, 8 Mandate und die Linkspartei Levika, 4%, 5 Mandate, übersprangen ebenfalls die 4%-Hürde, die für den Einzug ins Parlament maßgeblich ist. Je ein Parlamentssitz ist Vertretern der italienischen und der ungarischen Minderheit vorbehalten. Mit dieser Mandatsverteilung kann Golub mit den Sozialdemokraten eine Mehrheit bilden. Jansa dagegen hat zusammen mit der ENSI, seinem traditionellen Koalitionspartner, derweil keine Mehrheit mehr. Die Wahlbeteiligung lag bei 68%, sie war damit höher als bei jeder anderen Wahl in Slowenien seit 22 Jahren. Golub verbrachte den Wahltag aufgrund einer Corona-Ansteckung in häuslicher Isolation in seiner Heimatstadt Novagorica. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.